Und jetzt kommt das aktuell meistverkaufte Produkt aus unseren Online-Charts. Ja, willkommen zum Online-Topseller des Tages, wo wir jeden Tag gucken, was sich denn auf unseren Online-Kanälen, ob das Amazon ist, ob das Pearl.de ist, was sich da so am besten verkauft. Und heute haben wir ein Produkt, was sich unglaublich hoher Beliebtheit erfreut, was super praktisch ist und keinen Platz wegnimmt, gerade im Vergleich zu dem Produkt, was Sie vielleicht bei sich gerade im Büro haben. Es geht um einen Thermodrucker. Ja, man denkt das gar nicht, wenn man sieht, was ich hier in der Hand habe. Das ist wirklich ein Drucker. Thermo ist ein ganz wichtiges Wort, weil der arbeitet mit Thermotechnologie, also ohne Tinte und ohne irgendwelche Sachen, die man austauschen muss. Den schaltet man ein, der geht, selbst wenn er mal ein halbes Jahr Pause gehabt hat. Für mich ist das das Optimum. Ich muss, ja, ich sage mal im Monat, vielleicht ein, zwei Ausdrucke machen. Was sind das? Das sind Tickets für irgendwas. Das ist vielleicht eine Reisebestätigung. Das ist eine Fahrkarte oder ein Retourenschein. Wegen dem stelle ich mir doch keinen großen Laser- oder Tintenstrahldrucker in die Wohnung, der dann immer, und ich stehe mit Druckern absolut auf Kriegsfuß, der dann immer rummuckt, wenn ich dann mal was drucken will. Meistens ist dann die Toner, weil ich nur einmal im Monat drucke, ist dann die Tonerpatrone verklebt und dann funktioniert wieder nichts. Und was so ein Toner kostet, wissen wir alle. Hier haben wir keine Folgekosten. Das Ganze ist per Akku betrieben und wird jetzt ganz einfach bequem von Ihrem Handy aus bedient beziehungsweise von dem aus drucken Sie. Und wir stellen den jetzt ganz einfach mal hin und legen Papier ein. Da müssten Sie bitte Thermopapier nutzen. Ja, weil ganz einfach, das ist natürlich ein gewisses Papier. Das haben wir aber auch gleich noch in der Sendung. Und jetzt angenommen von Ihnen kommt eine Reisebestätigung. Da heißt es ja immer, drucken Sie das Hotel Vougie oder die Tickets einfach aus, damit Sie die am Schalter haben. So, jetzt haben wir das Papier eingelegt und jetzt verbinde ich mein Handy. Und da gibt es eine kostenlose App, die heißt iPrint oder E-Print. Und da noch ganz wichtig, weil es Druckerhersteller gibt, die sagen, ja, 30 Tage kostenlose Version und dann zahlen Sie monatliche Gebühren von teilweise 20 Euro. Nur, dass Sie die App benutzen können. Die ist und bleibt kostenlos. Und jetzt gehe ich einfach mal auf mein Programm, wo ich den Retourenschein zum Beispiel bekommen habe oder die Flug ausdrucke oder was immer das auch sein mag und lasse das ausdrucken. Moment, ich muss noch kurz suchen, wo es ist, was ich wollte. Aber das kennen Sie ja, einfach mal ein bisschen schauen. Und jetzt drucken wir hier einfach mal hier das Hotel aus. Die Hotelbestätigung. So, und jetzt gehe ich auf Drucken. Und schauen Sie mal, so einfach war das jetzt. Kein Hexenwerk. Und jetzt achten Sie drauf, hier, wenn keine Fehlermeldung kommt. Nö, er beginnt mit dem Druck. Also, das Einzige, was jetzt sein könnte, wäre, dass ich kein Papier eingelegt habe. Das würde er mir auch sagen. Und Ingo, ich weiß, du druckst mehr. Du brauchst einen richtigen Drucker. Ja, aber für mich, der ein oder zwei Ausdrucke im Monat hat, ist das hier perfekt. Diana, wie oft druckst du was aus? Auch nicht so oft. Und ehrlich zu sein, ich gehe immer zu Ingo, weil er an diesem Drucker... Deswegen drucke ich ja so viel, weil ich... Ach so, ich finde es perfekt. Und ich habe heute auch mal mit anderen Teammitgliedern von uns gesprochen. Und Katharina hat mir erzählt, ihre Mutter hat einen Drucker, der nie funktioniert, wenn sie ihn braucht. Weil die druckt auch nur einmal alle zwei Monate aus. Und der steht immer im Weg. Dieses Gerät steht nicht im Weg. Das können Sie sogar in der Laptop-Tasche oder fast schon in der Hosentasche mitnehmen. Und wenn da mal was kommt zum Ausdrucken, das gibt es ja immer wieder. Ich habe jetzt erst wieder für eine Party, wo ich am Wochenende hin will, Tickets bestellt. Und die bekommt man nicht mehr auf dem Postweg, sondern man kriegt einen Link, wo man die Tickets ausdruckt. Und dann hat man sie dabei. Und dann stand bitte ausdrucken, Online-Check-in, also übers Handy ist nicht möglich. Und dann muss man halt sowas ausdrucken. Du hast gesagt Retouren-Scheine. Retouren-Scheine, so ist das Typische. Sagen wir mal, was so jeder so im Monat ausdruckt, vielleicht noch die Gehaltsabrechnung. Aber es ist wirklich nicht so viel. Da muss man keinen großen Kasten auf dem Schreibtisch haben, der auch noch vollstaubt, den man immer wieder sauber machen muss. Und ich kenne das auch. Man will dann irgendwas drucken, dann ist die Tinte alle. Das ist so viel Arbeit, dann neue Tinte zu besorgen. Der ist immer einsatzbereit. Das ist so genial. Was ich auch schön fand, eine schöne Idee. Also jetzt sind wir nicht mehr bei den Notwendigkeiten. Jetzt sind wir mal ein bisschen im Luxusbereich. Und zwar, ich weiß, dass viele von Ihnen rätseln. Und da findet man online irgendwo ein tolles Kreuzworträtsel. Jetzt online das zu beschriften, ist ein bisschen schwierig. Jetzt schauen Sie, was ich mache. Ich habe das einfach mal genommen und drucke es jetzt aus. Und jetzt haben wir plötzlich ein Blatt Papier mit einem Kreuzworträtsel, das ich lösen kann. Und wichtig ist, der Ausdruck kostet mich nichts. Also ich habe kein Verbrauchsmaterial außer dem Papier natürlich. Aber der Toner wird niemals leer. Und wenn ich jetzt den Drucker ein Jahr lang in die Ecke stelle, der funktioniert ab der ersten Minute wieder genauso. Übrigens hier auf der Süddeutschen Zeitung gerade gefunden, mittelschweres Kreuzworträtsel. Ja, da kann man sich jetzt mal ein bisschen beschäftigen. Und Sie sehen, es ist so unglaublich einfach, was man hiermit alles machen kann. Ich werde mir den auf jeden Fall holen, weil für meine zwei, drei Drucke. Ich gehe mal ab und zu ins Fußballstadion, wo es nur Drucke gibt, wo man ausdrucken muss. Reisebestätigung für die nächste Urlaubsreise, das Hotelbouchet, vielleicht die Flugtickets. Dann gibt es, ja, Retourenscheine gibt es bei mir nicht so viel. Wäre vielleicht bei Diana. Retourenscheine, ja. Schickst du auch viel zurück oder behältst du das meiste? Nicht viel, aber so, wie gesagt, einmal pro Monat, einmal in zwei Monaten muss ich auch Retourenscheine. Oder zum Beispiel auch, ich gehe jetzt im Sommer, ich war beim Festival, dort brauchst du auch ein Ticket. Also das ist wirklich genial. Oder Konzert auch, das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Du kannst es sogar mitnehmen, ja, das ist so klein und kompakt. Also ich hoffe, Ihnen wird der Sinn jetzt gerade klar, wie wichtig ein solches Gerät ist. Sie werden nie mal, natürlich haben wir schwarz-weiß Ausdrucker, das muss ich dazu sagen. Wir haben über die App übrigens auch noch ganz andere Möglichkeiten. Wir können hier Veröffentlichen ausdrucken, wir können auch ganz einfache andere Druckvorlagen vormachen, Etiketten ausdrucken, all das Beschriftungen machen. Aber für mich ist das Wichtige, dass das bisschen, was ich drucken muss, was ja auf meinem Handy landet, ja, dass ich das ganz einfach mit diesem kleinen Thermodrucker machen muss. Und glauben Sie mir, ich bin so oft vor einem Drucker, Tintenstrahler oder Laserdrucker gestanden und habe geflucht, weil sich mein Rechner nicht damit verbunden hat oder weil er sagt, Magenta ist leer, ich will schwarz-weiß drucken, habe einen Farbdrucker, der sagt mir, Magenta ist leer. Ich brauche kein Magenta beim schwarz-weiß drucken, aber er druckt trotzdem nicht. Oder Papierstau oder, ja, was gibt es denn noch alles hier, Düsen verklebt. Ich glaube, die Fehlermeldung hatte ich nie, aber das gibt es ja natürlich auch, wenn der ein halbes Jahr nicht in Gebrauch war. Also ich stand immer in meinem ganzen Leben auf dem Kriegsfuß mit Druckern. Dieser Drucker, der macht, was er soll. Er druckt das, was ich will, genau dann, wann ich es will. Unser Online-Topsaler des Tages ist dieser fantastische mobile Akkutermodrucker. Schauen Sie sich den mal an. Sie haben gesehen, wie klein der ist. Den legt man einfach mal in die Schublade, wenn man ihn nicht braucht. Und wenn Sie dann was zu drucken haben, geht das ruckzuck auf diesem Thermopapier ohne Verbrauchsmaterialien, ohne dass irgendwas zukleben kann, ohne dass der Toner alle wird, ohne dass die Tinte alle wird und nimmt auch keinen Platz weg. Den können Sie bestellen für 132,99 Euro mit der ZX 7529 und der 569. Der druckt auf Thermopapier. Das ist also besonderes Papier. Man kennt das ja früher von Fax, aber das hat nicht mehr viel damit zu tun. Also das ist spezial beschichtet. Genauso kommt es zu Ihnen, 200 Blatt. Das Wichtige ist das Richtige, um einlegen, weil nur eine Seite beschichtet ist. Und da sehen Sie überall diese schwarze Karo. Das muss immer nach oben gehen. Die andere Seite, das ist die Thermoseite. Und da der von unten nach oben druckt, also einfach so, wie ich es vorhin gemacht habe, hier einlegen, ist kein Hexenwerk und dann losdrucken. 200 Blatt und die sind auch nicht viel teurer als normales Papier. Aufgrund, dass wir jetzt hier wirklich den Toner und die Patronen für den Drucker sparen. Und zwar auf alle Zeit ist, glaube ich, das bisschen teurere Papier in Kauf zu nehmen. 200 Blatt für 18,04 Euro mit der ZX 7530 und der 569. Am besten gleich mitbestellen die 200 Blatt. Wenn Sie wirklich nicht viel drucken, hält das eine ganze Weile hier. Der Drucker ist tatsächlich auch noch mit Akku. Das heißt, Sie müssen ihn nicht mal in die Steckdose stecken. Kein Kabel dran, nochmal. Kein Kabel dran. Aber der Akku muss natürlich ab und zu geladen werden. Da haben wir Ihnen noch ein tolles Netzteil mitgebracht. Also mit einer Akkuladung können Sie ungefähr 50 Ausdrucke machen. Das wird für mich ein Jahr lang reichen. Aber irgendwann muss er wieder mal geladen werden. Ladekabel ist dabei. Sollten Sie kein adäquates Netzteil haben. Hier haben wir eins für Sie. Leistungsstark. Und auch noch ein Doppelnetzteil. Man kann sogar andere Geräte ebenfalls gleichzeitig damit laden oder betreiben. PX2421 und die 569 ist die Bestellnummer für das Ladekabel. Jetzt haben wir sie komplett ausgestattet. Und drucken ist kein Problem mehr. Nichts mehr kann verkleben. Nichts mehr muss nachgekauft werden. Hier in diesem wunderschönen, unglaublich praktischen Format. Unser Online-Topseller des Tages. Vielleicht auch Ihr Online-Topseller für heute. Jetzt schnell ans Telefon und dann geht's los mit Drucken.